Knieges Umgang mit Menschen ermahnt uns, in unserem Verkehr mit unserem lieben Nächsten, uns immer äußerst zur Zurückhaltung zu befleißigen. Aber man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein. Sie sagen nein und warten drauf, geküsst zu sein. Denn man muss bei den Mädels vorwegen sein, das kann ja doch nur zum Segen sein. Man soll sich schöne Frauen nicht tagelang nur ansehen, wie Casanova, so soll man rangehen. Man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein, sonst kommt man nie in ihr Herzchen hinein. Als ich noch treu und brav ein Primaler war, schrieb ich ihr Gedichte, zärtliche und schlichte. Mein Papa, sprach du scharf, sei ein Mann der Tat. Hör, mein Sohn, auf meinen Rat und sprich sich einen Bart. Man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein. Sie sagen nein und warten drauf, geküsst zu sein. Man muss bei den Mädels vorwegen sein, das kann ja doch nur zum Segen sein. Man soll sich schöne Frauen nicht tagelang nur ansehen, wie Casanova, so soll man rangehen. Man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein, sonst kommt man nie in ihr Herzchen hinein. Aber ich, aber ich muss jetzt eingestehen, nicht zu meinem Ruhme, bin selber eine Blume, wie ganz klein und allein im Verborgenen blüht und die Dinge anders sieht. Ich kann bei den Mädels nicht schüchtern sein, sie denken nein. Ich warte drauf, geküsst zu sein, ich kann bei den Mädchen nicht vorwegen sein. Das kann doch niemals zum Segen sein, ich kann auch schöne Frauen mir jahrelang nur ansehen, wie Theo Lingen nur dran entlang gehen. Ich kann bei den Mädchen nur schüchtern sein, denn ich komm so in ihr Herzchen hinein.